Wie immer an dieser Stelle bei aktuellen Ereignissen ein kleiner Hinweis zu Beginn. Das, was gestern in Brasilien passiert ist, ist noch längst nicht vollständig aufgearbeitet. Das beginnt wie immer mit der Frage, was ist passiert. In Brasiliens Hauptstadt Brasilia haben gestern hunderte Menschen verschiedene Gebäude gestürmt. Nämlich zum einen das Gebäude des Kongresses, das brasilianische Parlamentsgebäude. Das Parlament besteht aus zwei Kammern. Das Gebäude des Präsidenten, der Präsidentenpalast und außerdem auch das Gebäude des obersten Gerichts. Die Menschen haben ein Chaos hinterlassen. Sie haben Dokumente aus Schränken gerissen, haben Büros verwüstet. Und vieles von dem, was sie da gemacht haben, erinnert an das, was am 6. Januar 2021 in den USA passiert ist. Mit einem wesentlichen Unterschied. In den USA war zu diesem Zeitpunkt voller Betrieb. In Brasilien nicht, denn in Brasilien herrscht gerade politische Sommerpause. Die Jahreszeiten sind genau umgekehrt wie bei uns. Das heißt also, die Gebäude waren weitestgehend leer. Die Menschen, die für diesen Sturm verantwortlich sind, gelten als Anhänger des ehemaligen brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro. Sie wollten damit demonstrieren gegen die Abwahl von Bolsonaro. Schon Tage zuvor haben sie sich vor Ort versammelt und dann noch einmal Unterstützung bekommen durch tausende weitere Menschen, die am Sonntag angereist sind. Von den Sicherheitskräften wurden sie teilweise sogar eskortiert. Einige Sicherheitskräfte haben Selfies gemacht mit den Menschen, haben gelacht, als sie auf die Gebäude zugestürmt sind. Unter anderem deshalb soll es so schnell gegangen sein. Erst viele Stunden später konnte die Situation vor Ort bereinigt werden. Direkt damit verbunden ist natürlich die Frage, was steckt dahinter? Dahinter steckt etwas, was ich gerade eben schon angedeutet habe. Die Menschen, die die Gebäude gestürmt haben, gelten als Anhänger von Jair Bolsonaro. Bolsonaro war in den vergangenen vier Jahren Präsident von Brasilien und ist Ende Oktober in einer Stichwahl Lula da Silva unterlegen. Die Anhänger, die jetzt so radikal vorgehen gegen die brasilianische Demokratie, erkennen diese Wahl da Silva nicht an. Sie sagen, das war manipuliert. Diese Wahl lief nicht fair ab. Da ist viel Korruption im Spiel gewesen und eigentlich hat Bolsonaro gewonnen. Es gibt tatsächlich keine Anhaltspunkte für diese Behauptung. Und selbst Bolsonaro hat zwar seinem Nachfolger nicht gratuliert, aber hat seine Niederlage zumindest indirekt eingeräumt. Er selbst ist schon seit einiger Zeit in Florida. Aber es gibt eben einige Menschen in Brasilien, die das nicht wahrhaben wollen. Ja, das fragen wir uns alle. Tja, und wie Sie ja mitgekriegt haben, in Brasilien geht es ja jetzt gerade richtiggehend zur Sache. Ja, Sie haben es ja mitgekriegt, das Parlament wurde gestürmt in Brasilia. Ich möchte hier einige... Ja, Sie haben es ja mitgekriegt, das Parlament wurde gestürmt in Brasilia. Ich möchte hier einige Beiträge aus unseren Mainstream-Medien zitieren. Die Bild schreibt, tausende Bolsonaro-Anhänger stürmen Regierungsgebäude. Der Brasilien-Schock. Lula verurteilte die Vorfälle scharf. Diese Vandalen, die man faschistische Nazis, fanatische Stalinisten, fanatische Faschisten nennen könnten, haben etwas getan, was in der Geschichte dieses Landes noch nie getan wurde. Ja, da wird einfach mal alles vermengt, was irgendwie böse ist und den Demonstranten da in die Schuhe geschoben. Der neue Staatschef machte seinen Vorgänger für die Ausschreitungen verantwortlich. Dieser Völkermörder ermutigt dies über soziale Medien von Miami aus. Ja, Sie haben es ja mitgekriegt, Bolsonaro hat das Land verlassen, schon am 1. Januar. Da hat er der Vereidigung des neuen Präsidenten in Brasilien nicht beiwohnen wollen und ist zu seinem Freund Donald Trump nach Miami gereist. Unsere ganze Solidarität geht dem brasilianischen Volk, seinen demokratischen Institutionen und Lula Official. Was in Brasilia passierte, war ein feiger und gewalttätiger Angriff auf die Demokratie. So wird jedenfalls Annalena Baerbock, unsere Außenministerin, zu diesem Vorfall ja zitiert. Der EU-Außenbeauftragte Josef Borrell hat Staatschef Lula den Rücken gestärkt. Die EU verurteilt die antidemokratischen Akte der Gewalt, die am Sonntag, dem 8. Januar, im Herzen des Regierungsviertels von Brasilia stattgefunden haben. Welt berichtet, Trump-Drehbuch genutzt. US-Politiker erwägen Abschiebung Bolsonaros. Im Moment ist Bolsonaro in Florida. Er sollte an Brasilien ausgeliefert werden, sagte der Demokrat Joaquin Castro, Mitglied des Ausschusses für Auswärtige Angelegenheiten des US-Repräsentantenhauses. Die Vereinigten Staaten sollten kein Zufluchtsort für diesen autoritären Mann sein, der den Terrorismus in Brasilien inspiriert hat. Bolsonaro habe das Trump-Drehbuch benutzt, um einheimische Terroristen zu inspirieren und zu versuchen, die Regierung zu übernehmen, sagte Castro am Sonntag im Sender CNN. Zwei Jahre nach dem Angriff auf das US-Kapitol durch Faschisten sehen wir, wie faschistische Bewegungen im Ausland versuchen, dasselbe in Brasilien zu tun, sagte Alexandria Ocasio-Cortez. Sie kennen die junge Dame, das ist so etwas wie die US-amerikanische Sausann Schäbli. Die demokratischen Institutionen Brasiliens genössen die vollständige Unterstützung der USA. Er freue sich auf seine weitere Zusammenarbeit mit Lula da Silva. So wird Joe Biden zitiert. Zwei Jahre nach dem 6. Januar 2021 vergiftet Trumps Erbe weiter die Hemisphäre. Es ist wichtig, die Demokratie zu schützen und bösartige Akteure zur Rechenschaft zu ziehen, schrieb Senator Bob Menendez. Tja, und zu guter Letzt die Tagesschau. Schock in Brasilia. In der brasilianischen Hauptstadt haben Anhänger des ehemaligen Präsidenten Jair Bolsonaro mehrere Regierungsgebäude gestürmt. Erst nach Stunden brachte die Polizei die Situation unter Kontrolle. Der deutsch-brasilianische Politikwissenschaftler Oliver Stünkel sieht Parallelen. In den letzten zwei Jahren haben Analysten immer wieder gesagt, nachdem es zu den Attacken in den USA am 6. Januar 2021 kam, dass etwas Ähnliches auch in Brasilien stattfinden kann, so Stünkel. Es gibt natürlich viele Parallelen auch zwischen dem Trumpismus und dem Bolsonarismus. Verwerflich und antidemokratisch, der Putschversuch der brasilianischen Konservativen, schrieb etwa Mexikos Präsident Andrés Manuel López Obrador. Ein Linker auf Twitter. Lula ist nicht allein. Er hat die Unterstützung der fortschrittlichen Kräfte seines Landes, Mexikos, des amerikanischen Kontinents und der Welt. Ja, so viel dazu. Die Rechten haben ihren Pakt der Gewaltlosigkeit nicht halten können, twitterte Kolumbiens Präsident Gustavo Pedro. Ein Linker. All seine Solidarität gelte Lula und dem Volk Brasiliens. Argentiniens Staatschef Alberto Fernandez, ein Linker, schrieb, meine bedingungslose Unterstützung für die des argentinischen Volkes und die des argentinischen Volkes für Lula gegenüber diesem Putschversuch. Chiles Präsident Gabriel Boric, ein Linker, sprach von einem feigen und gemeinen Angriff auf die Demokratie. Auch aus anderen lateinamerikanischen Ländern wie Bolivien, Kuba und Uruguay, ich glaube, die sind allesamt links regiert, so wie von verschiedenen Organisationen des Kontinents kamen empörte Reaktionen. Was die Presse hier in Deutschland irgendwie tunlichst versucht zu verheimlichen, diese Ereignisse kamen keinesfalls überraschend, denn ja, wir hatten es in den letzten, im letzten Jahr, haben wir es ja immer mal wieder erwähnt, seit der Wahl Lula da Silvas in Brasilien kam es quasi täglich zu massivsten Demonstrationen. Also seit der Wahl dieses, ja, wegen Korruption verurteilten kriminellen Kommunisten, ja, sind die Leute in Brasilien auf die Straße gegangen, um dagegen zu demonstrieren, weil die Leute da nämlich befürchten, dass es bei der letzten Wahl zu gewissen Unregelmäßigkeiten gekommen sein könnte. Ja, und was die Presse, also wie gesagt, die Presse hat eben über diese Massenproteste, die jetzt tatsächlich wochenlang stattgefunden haben, kaum beziehungsweise gar nicht berichtet. Ja, und jetzt auf einmal ist er da, der Schock. Ja, wie konnte das denn passieren? Das kommt aus dem Nichts. Ja, und die Leute, die, wie gesagt, sich die Tagesschau angucken, also lediglich die Tagesschau angucken und sich auf die Mainstream-Medien verlassen, ja, für die ist das selbstverständlich, ja, wie soll ich sagen, tatsächlich überraschend. Für die ist das tatsächlich ein Schock. Ja, die haben das ja gar nicht kommen sehen. Für die kam das so plopp, von heute auf morgen, zack, war sie da. Ja, und was die Presse hier in Deutschland dann außerdem noch verheimlicht, das ist ein Banner, ein gigantisch großes Banner, das die Demonstranten, naja, ausgebreitet haben, und zwar auf dem Parlament, und zwar stand da drauf, wir wollen den Quellcode, also gemeint ist der Quellcode der Wahlmaschinen, von denen die Demonstranten ausgehen, dass diese eventuell manipuliert sein könnten. Ich denke, das ist aus den vorangegangenen Zitaten deutlich hervorgegangen. Brasilien wählt am 30. Oktober einen neuen Präsidenten. Amtsinhaber Bolsonaro muss in der Stichwahl gegen den linken Ex-Präsidenten Luis Inacio Lula da Silva, kurz Lula, antreten. Aber unter Lulas Regierung florierte auch die Korruption in Brasilien. Gelder aus den Staatskassen flossen nicht nur in die Sozialprogramme, sondern auch in die Taschen von PolitikerInnen. Seine Arbeiterpartei schmierte Abgeordnete anderer Parteien, damit sie die Politik der PT mittrugen. Obwohl Lula von Angeklagten als Mitwisser bezeichnet wurde, wurde er selbst nicht angeklagt, und auch politisch schadete ihm der Skandal wenig. Nach zwei Amtszeiten der Obergrenze für das Präsidentenamt trat Lula ab, mit den höchsten Zustimmungswerten, die je ein scheidender Präsident hatte, und übergab an seine Parteikollegin Dilma Rousseff. Aber ab 2014 erschütterte ein Skandal Brasilien, der die ganze Arbeiterpartei und auch Ex-Präsident Lula in Bedrängnis bringen sollte. Unter dem Namen Operation Lava Jato deckten Ermittler einen milliardenschweren Korruptionsskandal auf, den größten in der Geschichte des Landes. Über den halbstaatlichen Energiekonzern Petrobras wurden während Lulas Amtszeit Ausschreibungen manipuliert. Unternehmen wie die Baufirma Odebrecht bekamen für Aufträge von Petrobras viel mehr Geld als benötigt. Das Geld wurde gewaschen und an Petrobras-Funktionäre und PolitikerInnen gezahlt. Fast alle Parteien waren involviert. Über 600 Personen wurden im Prozess angeklagt, rund 300 verurteilt. Das Strafmaß betrug insgesamt über 3000 Jahre. Aber den großen Wurf wollten die Ermittler mit Ex-Präsident Lula machen. Sie beschuldigten ihn, der Kopf des Korruptionssystems zu sein und auch selbst Vermögen über ein Luxus-Apartment verschleiert zu haben. Aber die Beweislage war dünn. Lula beteuerte wiederholt seine Unschuld und beschuldigte die Ermittler, ihn von der anstehenden Präsidentschaftswahl abhalten zu wollen. Lula wollte nämlich schon damals ein drittes Mal Präsident werden und hatte sogar gute Chancen. Aber trotz weniger konkreter Beweise verurteilte Richter Sergio Moro Lula 2017 zu 9,5 Jahren Haft. In zweiter Instanz erhöhten die Richter sogar auf über 12 Jahre. Lula weigerte sich zuerst, die Haftstrafe anzutreten, verschanzte sich in einem Gewerkschaftsgebäude in Sao Paulo, umgeben von Unterstützern. Schließlich ergab er sich, hielt aber vorher eine letzte emotionale Rede vor seinen Anhängern. Die PT stand weiter hinter Lula und nominierte ihn, obwohl er im Gefängnis saß, zum Präsidentschaftskandidaten für die Wahl 2018. Lula führte sogar in Haft deutlich vor Bolsonaro in den Umfragen, durfte aber nicht antreten. Bolsonaro entschied die Wahl für sich und wurde Präsident. Nach 580 Tagen Haft wurde Lula im November 2019 freigelassen. Der oberste Gerichtshof hatte das Urteil gegen ihn aufgehoben. Allerdings nicht aus inhaltlichen Gründen, sondern formellen Fehlern im Prozess. Bis heute ist Lula also juristisch nicht freigesprochen. Zwei Jahre später erklärte der Gerichtshof den damals zuständigen Richter Moro, der mittlerweile unter Bolsonaro zum Justizminister aufgestiegen war, für befangen. Er habe im Prozess gegen Lula seine Kompetenzen überschritten und gezielt politisch gehandelt. Lula bekam seine politischen Rechte wieder und kehrte zu seinem Ziel zurück, erneut Präsident Brasiliens zu werden. Schon in der ersten Runde war sein Vorsprung zu Bolsonaro geringer als in den Umfragen erwartet. Und selbst wenn er gewinnen sollte, wird es schwierig, seine Politik umzusetzen. Denn auch bei den Parlamentswahlen hat Bolsonaros Partei besser abgeschnitten als erwartet und wird in der nächsten Legislaturperiode beide Kammern des Kongresses dominieren. Damit würde es schwer für Lula, große linke Vorhaben durchzubringen. Eine groß angelegte Umfrage hat ergeben, dass die meisten Deutschen im September auch gerne online wählen würden. Unseren Kaspersky-Lab-Experten Marco Preuß wundert das nicht. Ich kann mir vorstellen, dass es für viele wahrscheinlich praktisch und einfacher wäre, von zu Hause zu wählen, anstatt das nächste Wahllokal zu suchen, dort in komische Räume sich reinzuzwingen und notfalls noch an der Schlange zu stehen. Sogar 59 Prozent würden für eine Online-Wahl gerne ihr eigenes Gerät zu Hause benutzen. Online-Wahlen haben natürlich einige Vorteile, wie zum Beispiel eine mögliche höhere Wahlbeteiligung, kommen aber auf der anderen Seite auch mit einem sehr hohen Risiko. Die Mehrheit der Deutschen fürchtet sich laut Umfrage tatsächlich auch vor einer Manipulation, zum Beispiel durch Hacker bei einer Online-Wahl. Sind solche Horrorszenarien wie Hackerangriffe auf die Wahl überhaupt wirklich plausibel? Natürlich gibt es bei Online-Wahlen auch viele Risiken. Einerseits konnten externe Akteure versuchen, Wahlmanipulationen durchzuführen. Auf der anderen Seite habe ich natürlich aber auch als Wehner das Problem. Einerseits die Geheimhaltung muss gewahrt sein, aber auch muss ich sicher sein, dass meine Stimme wirklich zählt, was natürlich das ganze Wahlergetnis letztendlich beeinflusst. Die Skepsis ist dementsprechend groß. Laut Umfrage glauben nur 29% der Bevölkerung, dass ihre Daten überhaupt sicher sind. Eigentlich muss man festhalten, dass kein System sicher ist und so bietet zum Beispiel auch die Briefwahl Angriffssektoren. Aber ist es ein Grund dafür, zu einer potenziell noch unsicheren Wahlmethode zu wechseln, bei denen realistische Angriffe wesentlich besser skalieren als bei analogen Wahlen? Und damit wären wir schon bei den Nachteilen, die Online-Wahlen hätten. Beginnen wir mit einem eigentlich banalen Grund, der viele von der Wahl ausschließt. Nicht jeder in unserem Land hat ein Smartphone, einen Laptop oder Zugang zum Internet. Trotz der höheren physischen Barrierefreiheit würde man bei reinen Online-Wahlen viele ausschließen. Deshalb wäre nach wie vor grundsätzlich die Option zur Analogwahl wichtig. Gerade jetzt in Pandemiezeiten hat man gesehen, dass Online-Unterricht, auch wenn einige didaktische Konzepte gar nicht so schlecht waren, unter anderem an der fehlenden Technik in den Haushalten scheiterte. Vom ultraschnellen Internet, das wir hier alle haben, mal ganz abgesehen. Also, wählen aus dem Homeoffice? Nur bedingt möglich. Und überhaupt, kannst du mir garantieren, dass auf deinen elektronischen Geräten zu Hause, also Smartphones, Laptops und so weiter, keine Malware läuft? Hacker könnten unbemerkt die Kontrolle über dein Smartphone übernehmen und so deine Wahl zu ihrer Wahl machen. Vielleicht läuft auch nur ein Trojaner darauf, der in Kombination mit anderen Daten deine Wahlentscheidung aufzeichnet. Geheime Wahl, ade. Wie bereits erwähnt, skalieren Cyberangriffe einfach extrem gut. Während man bei der analogen Wahl sehr viele Menschen bestechen, Wahl-Unnen manipulieren müsste und und und, reicht theoretisch eine Malware aus, um Millionen Geräte für seinen Favoriten votieren zu lassen. Auch die zentralen Sammelstellen, also die Server, stellen einen Single-Point-of-Failure dar. Diese können nämlich ebenfalls gehackt werden. Man könnte jetzt natürlich argumentieren, dass das bei der Bekanntgabe des Endergebnisses bei der analogen Wahl nicht anders ist. Auch hier gibt es eine zentrale Instanz, die die einzelnen Ergebnisse zusammenrechnet und bekannt gibt. Ja schon, aber Papier ist geduldig. Man könnte bei Ungereimtheiten oder sonstigen Auffälligkeiten einfach bestimmte Wahlkreise neu auszählen lassen, da man ja einen physischen Nachweis, nämlich den Wahlzettel hat. Das ist bei Online-Wahlen nicht unbedingt gegeben. Um sich vor solchen Fälschungen zu schützen und digitale Wahlbeobachter zu etablieren, könnte man Online-Wahlen auf einer Blockchain aufbauen. Doch diese Wahlautomaten haben diverse Sicherheitsprobleme, die sich in weiten Teilen auf Online-Wahlen übertragen lassen. Kann man der Hardware trauen? Kann man der Software trauen, auch wenn sie Open Source ist? Wer sagt denn, dass auf den Wahlautomaten keine gefälschte Version läuft?